vorgestellt meeple station vorschau nummer 5 wir sind in der alfa version 06 20 wir laden das spiel nummer vier vom letzten mal da fehlte uns stahl für den stahlteppich in blau da müssen wir noch daran arbeiten also loading schauen wir mal wie lange der loading das sind wir wieso ist die auflösung gerade so doof ok das hat man ja schon festgestellt alles klar jetzt müssen wir mal gucken dass wir hier das weiß ich auch nicht ob das hilfreich ist aber wir wollten doch diese wand hier oben weg haben die wir letztes mal nicht weggekriegt haben irgendwie bin ich mir jetzt auch nicht sicher das funktionieren könnte also vielleicht macht er so oder so nicht schade aus peter sowieso in pause drücken wir die leertaste mir das weg kommt hier gibt es keinen sauerstoff das ist die frage wie das hinkriegen abbrechen abbauen und das was wir abgebaut wir wollen aber nicht ab wollen wir konstruieren die tür war schon klar die leiter ist da ja schon gebaut hoch hoch so doof da ist ja schon die leiter ich habe keinen blassen schimmer wie wir da die band hinkriegen wäre jetzt noch so irgendwie schön zu rotaten suchen bringt uns auch nicht weiter dekorative haussegment blue carpet welt und fünf stil ja verfügbare betten sind wir da unten schon weiter ja sind wir aber können wir betten bauen karte chips forschung bauen ja module möbel so wäre rotat wir müssen aber vielleicht in die passende lage drei stahl die wir wohl haben aber dann würde ich erst den teppich mal bauen wollen den blauen teppich wo ist denn der da unten fünf stahl haben wir nicht ja hier ist was abzubauen ich habe noch keinen blassen schimmer wie dieser dampf da weg geht sauerstoff ist aber da er wird so etwas gebastelt oder wie sehe ich das aber irgendwie passt doch hier was nicht bau doch mal da der sektor der sektor so bauen wir das jetzt ja das wäre dann schön wenn das so läuft und die leiter kriegen wir die noch kriegen wir nicht jetzt habe die eine wand gebaut ich sehe die leiter so ein bisschen aber kann nicht weiter bauen komisch das gut machen wir aus irgendwie irritiert das gerade die wand ist jetzt gebaut aber die schwebt da kann man nicht runter machen ist schon ist schon sehr eigenartig also wieder weg also er macht das was ich gerade gesagt habe sehr interessant so dann bau das da mal hin und wir bauen das gleich da weg so jetzt mal bitte so jetzt was gemacht oder nicht da hatten wir jetzt das regal aber sorry aber ja was passt doch hier nicht oder so voll doof die wand zuzubauen da unten ist fertig das ist fünf eisenbrauchen dafür nicht genug material ist klar ist die frage was was wer macht hier was wer bastelt gerade irgendwo da wird jetzt wieder die wand gebaut oder was das versteht keiner oder also ok und das kohle ist etwas schwierig module laboratorium komm nehmen wir motortank bathroom smelter smelter remittelspender eisprozessor weis sucht waste ejector waste bin motor tank small event Kommt doch keiner hin da, oder? Kann das wer wegbauen? Gute Frage, ne? Ja, aber ein Hausmeister, der Suizid begibt. Na super. Ich komme da jetzt leider nicht weiter, weil ich habe keinen Platz in Schimmer, wie ich hier das baue. Das ist voll doof. Nicht genug Ressourcen. Rebels, was macht ihr? Haben wir hier keinen, der jetzt hier Dings abbaut? Refiner haben wir doch. Engineer. Miner brauchen wir noch. Slug ist der Officer. Äh... Mach mal Miner aus denen. Der ist weg. Und dann muss der da mal hinfliegen. Hat er schon mal eine Jacke holt. Und geht ab. Der macht jetzt hier weiter. Okay, auch sehr schön. Und holt Aluminium. Was wir überhaupt nicht brauchen, wahrscheinlich. Das bedeutet jetzt hier... Jetzt fliegt er noch da, okay. Und holt das da. Das ist schon mal gut. Gut, dann baut er das ab. Da gibt es hier Iron Ore. Das ist also schon mal das Richtige. Purple Squid neutral, ja. Er kommt wieder. Er kommt wieder. Der ist glücklich. Der nicht. Der schläft. Ist unzufrieden, weil es hier dreckig ist, wahrscheinlich. Der nicht. Rainer Engineer, Officer, Doktor. Dann nimmt er den Doktor gerade hier weg und macht da einen Hausmeister raus. Und er macht schon mal sauber. Er geht schon wieder nach Schub holen an Giro. Das ist eigentlich gut. Auch jetzt sind sie schon zu zweit. Wie weit ist denn die Lage, um was zu bauen? Fehlt noch der Stahl. Wir haben noch einen Refiner. Warum macht er nix? Der geht auf Toilette. Hm. Komisch. Irgendwie ist das jetzt nicht so, das Ding, ne? Docking Clamp, Luftschleuse, Shot. Was haben wir denn hier? Motilities. Sauerstoffleitung. Motor, Wasserstoff. Waste. Das hat uns jetzt nicht weiter geholfen, ne? Arfinerie, Iron Ore. Achso, vielleicht müssen wir mal ihm sagen, dass er es baut, ne? Okay, entfallen. Macht das jetzt einer? Der geht auf Klo. Da kommt ein Schiff. Das ist schon mal gut. Da können wir dann handeln. Wir haben das. Das geben wir dem erstmal mit. Und wir brauchen Essen wahrscheinlich. Simple Meals nehmen wir an uns. Fisch. Aber wir haben ja gut erstmal Fisch. Wer die Biomasse brauchen, weiß ich nicht. Electronics nehmen wir mit. Und hier oben. Nee, Eis will ich gar nicht abgeben. Machen wir nur 10. Und hier gehen wir auch runter mit dem Glas. 609 hat er noch. Diamanten. Electronics. Andritische Patrice. Das da unten wollten wir haben. Komm, da können wir noch hier was abgeben. Aber das lohnt sich aber nicht so wirklich. Hm. Glaub, so war es, ne? Oder? Lass es so. So, jetzt fliegt der Schifflein weg. Obtain one computer core, suspend other orders to get it done quicker. Ja, das ist das. Obtain one computer core. Wo geht das? Das ist die Frage, ne? Waste processing. Waste processing. Combat training. Antiship or detection. Lass das mal so. Electronics, advanced core, computer core. Ich weiß nicht. Vielleicht ne, Forschung hatten wir schon. Das bringt uns nicht weiter, diese Weltkarte. Transformer, Treibstofftank, Tormer. Hier gibt's das nicht. Die wollen, dass wir diesen computer core machen. Weiß nur noch nicht, wo er ist. Hm. Was brutzelt denn der da? Ein Schmelter, ist das okay. Haben wir denn jetzt den Teppich dann da vielleicht wieder so gekriegt? Stopp. Das war schon richtig hier. Möbel nicht, Module. Strukturen sind das. Teppich hier. Oh, können wir was bauen? Blu Carpet. Und da geht aber nix. Das ist ja immer wieder so richtig cool hier. Ja, nützt nix, ne? Möbel. Dieses schicke Bett stellen wir da jetzt hin. Drei Betten, fertig. Die werden jetzt auf jeden Fall gemacht. Das ist schon mal was. Und was haben wir sonst noch so? Kleiner Container-Kommode. Ein paar Blumen haben wir hier noch. Treibstoff 20 Stahl brauchen wir da. Thoriumrejektor. Thoriumanrichter. Treibstofftank. Gerüst. Kitchen Rock Crusher. Fischstank. Haben wir denn irgendwas, was wir hier jetzt sinnigerweise noch machen können? Schildgenerator ist bestimmt cool. Da machen wir nicht eine Forschungsstation irgendwo. Was brauchen wir denn da für Computer Core? Da ist auf jeden Fall einer gekommen. Der hat sowas nicht. Stil. 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 Tja. Ich hab keinen blassen Schimmer, wenn wir in den Computer Core kommen. Also das hier müssen wir machen. Das anders geht ja gar nicht. Brauchen wir dann Wissenschaftler, oder? Das hier sieht immer schlimmer aus, aber ich weiß auch nicht, wie wir das wegkriegen. Wenn der Regel läuft. Wie sieht es mit Scientist jetzt aus? Okay, einen Punkt haben wir da schon geschafft. Ja. Achso, wir können das hier wieder verschieben, ist klar, das haben wir nicht gesehen. Effizienz und Education. Wenn wir das hier mal wegkriegen können, dann müssen wir auch sehen, was da steht. Das ist das nächste, ne? Die Effizienz, die ist jetzt erstmal gefragt, oder? Ja, und das ist immer noch nicht fertig und ich weiß auch noch nicht, wie es geht. Das ist voll doof, ne? Sauerstoff ist in dem Raum sowieso nicht drin. Struktur war es, wir können die Struktur ja hier so in der Richtung noch vergrößern, fehlt uns allerdings gerade Stahl für. Das heißt, er ist aber am abbauen. Müssen wir warten, ne? Keine Ahnung, wann der was macht. Hier ist Space, sagt er. Und da ist ein Stuhl. Was hat er jetzt gemacht da? Giro kriegt die Tür hier auf, oder was? Wie ist denn hier 100% Sauerstoff? Was macht Giro? So. Was ist denn Giro sein Job? Engineer. Dann kriegt er jetzt erstmal einen anderen Job. Social, Independent Physical, While, Willpower. Das kann er am besten, ne? Aber jetzt muss man Gianni Arthur da raus. Der muss mal sauer machen. Was macht er sauber? Weiß nicht. Kriegen wir da noch irgendwie die Leiter jetzt dran, ne? Mit der Leiter geht schon mal gar nicht. Jetzt können wir hier Platten machen. Bauen wir es erstmal so. Gucken, was dann passiert. Dafür brauchen wir aber wahrscheinlich den Engineer wieder, ne? Der das baut. Ja, komm, mach. Kein Mensch weiß, wie es funktioniert. Er ist schon mal glücklich, dass er sitzen kann und was zu essen kriegt. Alle sind sauer, weil es hier dreckig ist. Was macht Science? 7 von 50, alles klar. Können wir hier noch was machen? Ja. Fisch können sie wieder haben. Fisch können sie wieder haben. Dann gucken wir mal weiter, oder? Dann können sie wegfliegen. Der Miner ist hier kräftig am schmelzen. Hier wird noch nichts gemacht. Wir werden es abwarten müssen. Hallo, ich bin ein Engineer. Wer ist denn der? Jetzt fliegt das Schiff noch da unten wieder weg, okay. Okay. Können wir denn da nochmal? Ach, guck mal, sind nur noch vier. Ist gestorben oder abgehauen? Officer, du musst jetzt mal arbeiten und du machst jetzt hier den Dreck weg. Schiff haben wir nicht. Tja. Achso, der Officer, der sollte vielleicht nicht... Miner, Scientist. Ne, Feiner. Ja, wir müssen jetzt mal gerade hier den Engineer vorantreiben, wahrscheinlich. Gucken wir mal, dass wir das hinkriegen, ne? Jetzt, glaube ich, ist er das hier, oder? Der kommt nicht raus, oder was? Verstehe ich nicht. Okay, er geht sich wieder umziehen, weil er nicht rauskommt. Für mich unerklärlich, was er da macht. Jetzt geht er erst mal pennen. Ich hab keinen Platz in Schimmer, was das werden soll. Station Credits. So, wir sind wieder in der falschen Ebene, deswegen kommen wir auch nicht an die Tür ran. R-Lock. Irgendwas wird auch hier mit den Türen und so. Da muss man noch einstellen, wer da raus darf und wer nicht, oder so, ne? Er zieht den Anzug an und kommt nicht raus, oder? Doch, jetzt kommt er raus, okay? Dann, wir hoffen, dass das jetzt hier richtig wird. Ich hab aber keinen Platz in Schimmer, ob das mit der Leiter klappt. Schauen wir mal. Ist schon mal auf jeden Fall schön am Schweißen. Okay. Und der Raum ist fertig. Das ist nur die Frage, ob wir dann eine Leiter rein kriegen, ne? Sieht wohl so aus. Jetzt schmeißt er die Leiter da rein, alles klar. Dann ist der Raum jetzt auch gleich begehbar. Jetzt hat's dann endlich funktioniert. Krass, ne? Gut, dann bedeutet das natürlich, dass wir jetzt hier noch den Raum weiter ausbauen müssen. Und dann geht's auch voran. Ne, Migrant müssen wir sofort holen. Was baut denn der da jetzt noch eine Leiter? Ach ne, den Ding ins den Lüftungsschacht macht er da grad hin. Okay. Und jetzt müssen wir da noch eine Verbindung hinbauen, ne? Oh, tu, can do, oder wie war dat? Ach so, das ist... Können wir das nochmal wegmachen? Ne, ne? Nochmal. Tja, jetzt weiß ich nicht, wer das macht. Wie wird das angeschlossen wieder? Also, der baut jetzt da einen Raum, ne? Keine Ahnung wie wieder, ne? Da ist wieder ein Stück fertig geworden. Hier ist auf jeden Fall 100% Luft drin, ne? Pff, das reicht ja erstmal, ne? Die beiden kommen von Ergro wieder. Wer macht denn jetzt hier grad was? Miner. Jetzt haben wir grad zwei Miner. Pff. Vielleicht jetzt auch nicht so toll, ne? Wir sehen hier noch vier Möglichkeiten. Refinier, Miner. Und der zweite Miner ist er. Ja. Der kann aber eigentlich besser hier sauber machen. Machen wir mal so. Er geht wieder raus. Tja, müssen wir schauen. Er macht sauber. Er ist erstmal der Hausmeister hier. Und macht er sauber. Das ist schon mal gut. Sieht man, dass es weniger wird, ist die Frage, ne? Hier haben wir jetzt zwei die sauber machen. Sieht so aus, oder? Da oben ist jetzt fertig geworden. Ich krieg aber immer noch keinen Sauerstoff in den Raum. Aha, da ist schon was passiert. Ja. Ja. Okay, da ging jetzt was nach oben. Und von da geht's dann nach da. Okay. Wenn's denn so geht, wollen wir hoffen. Tja. Gucken wir nochmal den Hausmeister an. Was ist denn er eigentlich für einer? Was kann er denn sonst am besten? Hm. Nix kann er am besten außer sauber machen. Engineer, Refinance Scientist. Dann mach den Scientist, bitte. Gut. Da oben sind wir schon am Arbeiten dran jetzt. Den blauen Teppich können wir immer noch nicht machen. Mal nicht erforscht. Forschung ist jetzt mit zwölf Seiten schon mal vorangehend. Ja. Und dann müssen wir weiter gucken. So. Der läuft, macht immer 25 oder wie sehe ich das? Und endlich steht der. Okay. Spend. Spend. Okay. Keine Ahnung. Aha. Order 6, 7, 8, 9, 10. Ich weiß nicht wofür das hier gut ist. Das akzeptieren wir schon mal auf jeden Fall. New Emigrant. Nehmen wir Scanner. Er ist ein toller Engineer. Engineer, gut. Dann lass den bauen. Jetzt können wir hier handeln. Nix. Tja. Können wir verkaufen. Fische haben wir genug. Kann man auch verkaufen dann. Gehen wir wieder auf 250 hier. So. Schicken weg. Egal. Was bastelt der da? Bastelt der jetzt den Sauerstoff endlich? Das wäre natürlich cool, wenn er das mal hinkriegt, ne? Sieht aber gerade nicht so aus. Auf der anderen Seite ist das jetzt erstmal egal. Da geht erstmal nix. Möbel ist klar. Module. Somalier Laboratorium. Den Computer Core. Den müssen wir immer noch haben. Tja. Rock Crusher. Raffinerie. Auction Tank. Smelter. Ja. Pischtenkitchen. Research Desk. Eisprozessor. Haben wir den irgendwo? Ja. 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 Glaube da. Wassertank. Schildgenerator. Helsinische Vorräte. Laboratorium. Treibstoffgerüst. Solarmodul. Energiezelle. Treibstoffprozessor. Den habe ich aber noch nicht. Transformer. Treibstofftank. Zeug hätte ich dafür, aber ich muss noch forschen wahrscheinlich. Okay, da sind wir wenigstens schon bei 24. Das geht ja schon mal. Tja. Da geht noch nichts voran hier beim Sauerstoff. Oder wie sehe ich das? Das ist ja doof. Ich bin mir nicht sicher, ob die Gasgeschichte hier besser oder schlechter geworden ist. Da ist schon mal was da. Möbel. Strukturen sind Teppich immer noch nicht möglich. Nein. Ja. Der ist am forschen. Das ist gut. Hier oben wird nichts mit Sauerstoff gemacht. Das ist schlecht. Aber wir sind halt immer noch in diesem Spiel vertieft, ohne dass wir wissen, was wir tun. Ja. Es geht langsam voran. Das merken wir gerade. Wieso er jetzt das Bett da nicht... Ah, jetzt geht er wann das hin. Betten sind auf jeden Fall gemacht. Er setzt sich da unten hin. Oder auch nicht. Was machen die jetzt hier? Refine Armor, Scientist Armor, Janito Armor, Engineer Armor, Miner Armor läuft. Engineer Armor 2. Das ist doof. Der ist der 7er. Der ist ein 1er. Der kann das ja auch viel besser, ne? Research required. Okay. Dann machen wir das. Jetzt ist nur die Frage... Kriegen wir einen zweiten Test irgendwo hin? Zum forschen. Strukturen... Ne, Möbel waren das, ne, oder? Module. Faster Rate. Da fehlt uns Aluminium. Akzeptieren wir. So, das läuft. Und dann müssen wir warten, dass wir das zusammenkriegen. 820 Aluminium brauchen wir mal, okay. 7 haben wir. Läuft also. Gut, dann sind wir erstmal soweit, dass wir da wieder eine Pause machen. Läuft grad schleppend voran, weil wir das System nicht so ganz verstehen. Aber kriegen wir auch noch hin. Und momentan sind wir ja gut unterwegs mit unseren Leuten. Werden wir schon hinkriegen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keinen Daumen hochgegeben habt, dann macht das mal. Damit ihr, ich weiß, ob wir da weitermachen sollen, die Folge gut findet. Wenn ihr noch kein Abo habt, macht eins. Wenn euch das Glöckchen weiterhilft. Das ist nämlich dann, wenn ihr das anmacht, dann kriegt ihr eine Info, wenn ich ein Video mache. Und ja, dann werden noch Kommentare gefragt. Genauso wie Teilen auf anderen Kanälen, damit das Ganze hier ein bisschen mehr in Schuss kommt. Alles klar. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.